Dilma-Warner-Rousseff, DIWM-JUSF, ist seit dem 1. Januar 2011 Präsidentin von Brasilien. Nach ihrer Wiederwahl am 26. Oktober 2014 endet ihre Amtszeit regulär am 31. Dezember 2018. Am 12. Mai 2016 wurde Rousseff vom Bundessenat für sechs Monate von ihrem Amt suspendiert. Ihr werden Verstöße bei der Führung der Staatsfinanzen vorgeworfen, die zu einer Amtsenthebung führen können. Wie in Brasilien üblich wird Dilma Rousseff in den Medien und selbst in offiziellen Verlautbarungen oft nur mit ihrem Vornamen, Dilma, genannt. Leben Dilma Rousseff wurde 1947 in Belo Horizonte als Tochter von Pedro Rousseff und dessen zweiter Ehefrau Dilma Jane Silva geboren. Ihr Vater stammt aus Gabrovo in Bulgarien, wo er ab den 1920er Jahren aktives Mitglied der Kommunistischen Partei war. 1929 floh er zunächst nach Frankreich und siedelte später nach Südamerika um. Wo er sich schließlich in Brasilien niederließ, nach seiner Auswanderung änderte er seinen Geburtsnamen Peter Rousseff in Pedro Rousseff. Er war ein enger Freund der bulgarischen Dichterin Elisaveta Becriana. Durch ihren Vater hatte Dilma einen Halbbruder namens Juben. Da ihr Vater als Anwalt und Unternehmensvertreter in Brasilien erfolgreich war, wuchs Dilma Rousseff in solidem Wohlstand im Belo Horizonte auf. Nach dem Schulbesuch studierte sie zunächst an der Universidad Federal de Minas Gerais Volkswirtschaft, brach dieses Studium aber ab. Als sie sich im bewaffneten Widerstand gegen die seit 1964 regierende Militärregierung engagierte, 1973 wurde sie offiziell durch die Universität exmatrikuliert. Nach Verbüßen einer Haftstrafe wegen ihrer Untergrundtätigkeit zog Dilma Rousseff nach Porto Alegre. Sie nahm ihr Studium an der Universidad Federal do Rio Grande do Sul wieder auf und schloss es 1977 ab. Anschließend arbeitete sie bei der Fundacau de Economia e Statistica, einer Organisation des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Ab 1978 studierte sie einen Masterstudiengang in Volkswirtschaft an der Universidad Estadual de Campinas, den sie jedoch genauso wie ihre Primotionsvorhaben nicht abschloss. Ab Mitte der 1980er Jahre war Dilma Rousseff in unterschiedlichen politischen Funktionen und bei der Fee tätig. Dilma Rousseff war zweimal verheiratet, zunächst mit dem Journalisten Claudio Galeno de Magalhes Linhers, später mit Carlos Franklin Peix Aude Aragio. Aus dieser Ehe ging ihre einzige Tochter Paula hervor. Seit 2000 ist Dilma Rousseff von ihrem zweiten Ehemann geschieden. Bis 1999 trug Dilma Rousseff den Nachnamen ihres ersten Ehemanns Linhers, dann nahm sie ihren Geburtsnamen wieder an. 2009 erkrankte sie an einem Malinien-Lymphom. Politik Dilma Rousseff begann gegen Ende ihrer Schulzeit sich für die politische Situation ihres Landes zu interessieren. Das seit 1964 eine Militärdiktatur war. Über eigene Beschäftigung mit sozialistischen und marxistischen Theorien sowie den Journalisten Claudio Galeno Linhers, den sie später heiratete, kam sie Ende der 1960er Jahre zur Partido Socialista Brasileiro und schloss sich dort im Commando de Libertacao Nacional an, das für den bewaffneten Kampf gegen die Militärdiktatur eintrat. Dilma Rousseff war innerhalb der Guerilla-Organisation vor allem mit Agitation befasst, aber zumindest passiv auch an gewalttätigen Aktionen beteiligt. Ab 1969 lebte sie im Untergrund und ging nach Rio de Janeiro. Über Carlos Franklin Pikes Aude Araujo kam sie zur marxistisch-leninistisch geprägten Guerilla-Organisation VAR Palmares. Nach einigen Aussagen soll sie eine der Anführerinnen der Organisation gewesen sein, sie selbst bestreitet dies allerdings. Im Januar 1970 wurde Dilma Rousseff in Sao Paulo, wo sie mittlerweile im Auftrag ihrer Organisation lebte, verhaftet. Nach eigenen Angaben wurde sie im Gefängnis 22 Tage lang gefoltert. Ihr seien damals viele Zähne ausgeschlagen worden, was auch im Jahr 2014 noch Kiefer- und Kauprobleme verursache. Sie sei außerdem Elektroschocks, Schlägen und der Papageienschaukel ausgesetzt gewesen und drei Jahre lang festgehalten worden. 1972 wurde Dilma Rousseff aus dem Gefängnis entlassen. Sie zog nach Porto Alegre, wo Carlos Araujo seine Haftstrafe verbüßte. Während sie dort studierte und arbeitete, engagierte sie sich für die einzige legale Oppositionspartei Movimento Democrático Brasileiro. War allerdings nicht Mitglied der Partei. Mit ehemaligen Mitstreitern aus der VAR Palmares traf sie sich regelmäßig zu Diskussionsrunden. Nach der Zulassung weiterer politischer Parteien in Brasilien gründete Dilma mit anderen die Partido Democrático Trebalhista. Sie arbeitete als Beraterin der PDT-Abgeordneten im Parlament von Rio Grande do S.U.L.E. Ab 1985 war sie in der Stadtregierung von Porto Alegre für die Finanzen zuständig. Das Amt gab sie 1988 auf, als ihr Ehemann Carlos Araujo als Bürgermeister kandidierte. 1989 war sie kurzzeitig Generaldirektorin des Stadtrates, wurde aber entlassen. Ab 1990 war sie Präsidentin des Amtes für Wirtschaft und Statistik von Rio Grande do S.U.L.E. 1993 bis 1994 war sie Ministerin des Bundesstaates für Energie und Kommunikation. Anschließend kehrte sie zur Fee zurück. Ab 1998 war Dilma Rousseff erneut Energieministerin in Rio Grande do S.U.L.E. Nach Streitigkeiten in ihrer Partei um die Regierungsbeteiligung trat sie 2000 mit anderen Mitgliedern der PDT zur Partido dos Trabalhadores über, die zu dieser Zeit den Gouverneur des Bundesstaates stellte. Nach dem Wahlsieg Lula Dacil was bei der Präsidentschaftswahl 2002 wurde sie zur Energieministerin der Bundesregierung ernannt. Im Juni 2005 wechselte sie in das Amt der Kabinettschefin. In beiden Ämtern verfolgte Dilma Rousseff eine auf Wachstum und Stärkung der Industrie ausgerichtete Politik und war damit mitverantwortlich für den Rücktritt von Marina Silva als Umweltministerin der Bundesregierung, die ihre Gegenkandidatin im Präsidentschaftswahlkampf 2010 wurde. Im März 2010 trat sie im Zuge ihrer Präsidentschaftskandidatur vom Amt der Kabinettschefin zurück. Während ihrer Zeit als Energieministerin und später Stabschefin war Rousseff Vorsitzende des Aufsichtsrats von Petrobras. Der Konzern stürzte 2014 in die Krise, als sich Vorwürfe jahrelanger Korruption, Veruntreuung und Parteienbestechung erhärteten. Präsidentschaftswahl 2010 Bei der Präsidentschaftswahl 2010 durfte der bisherige Amtsinhaber Lula da Silva nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren. Er schlug seiner Partei Dilma Rousseff als Kandidatin vor. Im Februar 2010 wurde sie von der PT offiziell nominiert. Es war ihre erste Kandidatur überhaupt für ein politisches Wahlamt. Dilma Rousseff galt im Wahlkampf als spröde und dogmatisch. Zu Beginn des Wahlkampfes lag sie deutlich hinter ihrem Gegenkandidaten Joseh Serra zurück. Durch die Unterstützung des in weiten Teilen des Volkes populären amtierenden Präsidenten Lula konnte sie jedoch in den Umfragen starkzulegen. Ab Juli 2010 führte sie deutlich vor Serra, zeitweise lag sie klar über 50 Prozent. Bei der Wahl am 3. Oktober 2010 verfehlte sie jedoch mit 46,9 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit und damit die direkte Wahl im ersten Wahlgang. Die Stichwahl am 31. Oktober gewann sie mit etwa 56 Prozent der Stimmen. Die Amtsübergabe fand am 1. Januar 2011 statt. Erste Präsidentschaft 2011 besuchte Rousseff als erstes brasilianisches Staatsoberhaupt Bulgarien. Für sie war es zugleich die erste Reise ins Heimatland ihres Vaters. Im Rahmen des Besuchs erhielt sie die höchste bulgarische Auszeichnung, den Orden Staraplanina. Sie besuchte neben der Hauptstadt Sofia auch Velikutarnovo und Gabrovo, den Heimatort ihres Vaters, in dem sie Verwandte traf. Seit Juli 2011 verfolgt sie einen erklärten Antikorruptionskurs. Infolgedessen traten bis Anfang Dezember 2011 insgesamt sechs Kabinettsmitglieder nach Korruptionsvorwürfen zurück. Darunter Tourismusminister Petro Nové am 15. September. Sportminister Orlando Silva de Jesus Junior am 26. Oktober und Arbeitsminister Carlos Lupi am 4. Dezember. Rousseff kritisierte die von der NSA praktizierte Überwachung von Personen und sagte deshalb einen Termin mit Barack Obama ab. In einer Rede vor der UN-Vollversammlung beschuldigte sie die USA, internationales Recht gebrochen zu haben, und verlangte eine Entschuldigung von Obama. Nachdem Brasilien während der Regierung Lula da Silva eine sehr positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung erlebt hatte, wuchs die Wirtschaft seit Rousseffs Amtsantritt nur mit 2%. Die Inflation lag bei durchschnittlich 6%. Auf der Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit des International Institute for Management Development rutschte Brasilien auf Platz 54 ab. Die Folgen der Finanzkrise ab 2007 und der daraus resultierenden Weltwirtschaftskrise trafen Südamerika erst seit 2012. A. Weil Rohstoffe weniger nachgefragt werden. Unternehmer kritisieren zudem die dirigistische Wirtschaftspolitik. So wurde Petrobras z. B. gezwungen, Treibstoff verbilligt zu verkaufen. Das Unternehmen ist Brasiliens mit Abstand größter Investor, hat aber nun kaum noch Geld für Investitionen. Gerade auf dem Sektor der Energiepolitik habe Rousseffs Regierung durch Preiskontrollen, Subventionen und Dekrete ein Chaos angerichtet. Kritisierte der Journalist Alexander Busch in der NZZ. Andererseits sehen linke Kritiker einen Bruch zu Lulasch sozialer Politik und seiner Amtsführung und mahnen die grassierende Korruption und das repressive Vorgehen der Polizei an. Im Juni 2013 brachen landesweite Proteste in Brasilien aus, die sich gegen die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Korruption sowie soziale Missstände richten. Ein Großteil der Kritik richtete sich an die Regierung und ihre Politik bzw. auf die Abwesenheit von sozialer Politik. Auf die größten Unruhen seit dem Ende der Militärdiktatur reagierte Dilma Rousseff mit dem Versprechen eines großen Pakts für ein besseres Brasilien. Federico Forders, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kiel, erwartet für Brasilien allerdings eine bessere wirtschaftliche Entwicklung als im Rest Südamerikas. A. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft dort 2014 Präsidentschaftswahl 2014 Im Oktober 2014 trat Rousseff erneut zur Präsidentschaftswahl an und gewann in der Stichwahl am 26. Oktober mit rund 51,6% der Stimmen. Ihre zweite Amtsperiode trat sie offiziell am 1. Januar 2015 an. Sie endet regulär am 31. Dezember 2018 Eine erneute Kandidatur Rousseffs ist nach der Verfassung Brasiliens ausgeschlossen. Zweite Präsidentschaft Der Beginn ihrer zweiten Amtszeit war gekennzeichnet von landesweiten Protesten und Demonstrationen mit bis zu 1,7 Millionen Teilnehmern im März 2015. Diese richteten sich gegen Rousseffs Verflechtung in den Korruptionsskandal um den Ölkonzern Petrobras, gegen gestiegene Lebenshaltungskosten und die sinkende Wirtschaftsleistung Brasiliens im Zuge fallender Rohstoffpreise. In Rousseffs zweite Amtszeit fiel ab 2015 auch die Ausbreitung des Zika-Virus in Brasilien, der mit Missbildungen bei ungeborenen und weiteren neurologischen Schädigungen in Verbindung gebracht wird. Rousseff setzte ab Februar 2016 die Hälfte der brasilianischen Armee zur Bekämpfung der Zika-Überträger Mücken ein. Am 16. März 2016 holte Rousseff ihren populären Vorgänger Lula da Silva als Kabinettschef in ihre Regierung zurück. Sie reagierte damit auf ein von der Opposition angestrengtes Absetzungsverfahren. Gleichzeitig schützte Rousseff auf diese Weise da Silva, der Anfang des Monats vorübergehend festgenommen worden war und gegen den die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Sao Paulo wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Falschaussage im Petrobras-Fall ermittelt. Einen Tag später stimmte das Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit für die Einrichtung eines 65-köpfigen Komitees. Es soll ermitteln, ob Rousseff Verstöße bei der Führung der Staatsfinanzen begangen habe, die eine Amtsenthebung rechtfertigen würden. Ende desselben Monats platzte Rousseffs Regierungskoalition mit der PMDB, die als Zentrumsblock im Parlament die stärkste Kraft ist. Damit kann Rousseff so gut wie keine eigenen Gesetze mehr durch den Kongress bringen und ihr wird Unterstützung beim laufenden Amtsenthebungsverfahren fehlen. Der Schritt der PMDB wird von einigen als eine Art Staatsstreich angesehen. Da im Falle einer Amtsenthebung der PDMB-Vorsitzende und Vizepräsident Michel Themer Rousseff beerben würde. Am 11. April 2016 empfahl das 65-köpfige Komitee mit 38 zu 27 stimmend die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Wenn in einem solchen Verfahren mindestens zwei Drittel der Abgeordneten für das Amtsenthebungsverfahren stimmen, wird das Verfahren an den Bundessenat weitergereicht. Dieser kann mit einfacher Mehrheit die Präsidentin für 180 Tage von ihrem Amt suspendieren. In dieser Zeit muss der Senat entscheiden, ob er der Amtsenthebung zustimmt. Stimmen zwei Drittel seiner Mitglieder dafür, so wäre die Präsidentin von ihrem Amt abgesetzt. In einem Kommentar zu diesen Vorgängen sprach Rousseff von dem Versuch eines Staatsstreichs und Beschuldigte ohne explizit dessen Namen zu nennen. Ihren Vizepräsidenten Michel Themer An der Verschwörung beteiligt zu sein. In einer am 12. April 2016 als Tonndokument verbreiteten Ansprache hatte dieser zur Bildung einer Regierung der Nationalen Einheit aufgerufen. Nach Ansicht von Korrespondenten erweckte die Ansprache, die angeblich versehentlich veröffentlicht wurde, den Eindruck, das Thema fest von einer Anklage gegen Rousseff ausging. Falls sie abgesetzt würde, wäre er als Vizepräsident nach der Verfassung automatisch ihr Nachfolger. Am 17. April 2016 stimmte die Abgeordnetenkammer mit deutlicher Zweidrittelmehrheit von 367 Stimmen für die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens. Dagegen stimmten 167 Abgeordnete, während sich sieben Abgeordnete enthielten. Vor dem Parlamentsgebäude hatten sich jeweils etwa 25.000 Anhänger und Gegner von Rousseff versammelt, die die Abstimmung auf großen Bildschirmen verfolgten. Am 9. Mai 2016 entschied der Übergangspräsident des Abgeordnetenhauses, Walde Maranhau, überraschend das Votum der Parlamentskammer für ein Amtsenthebungsverfahren zu annullieren. Er ordnete eine Wiederholung der Beratung an, da die Vorangegangenen des Abgeordnetenhauses vom 15. bis 17. April durch eine Vorverurteilung der Präsidentin gekennzeichnet gewesen seien. Einen Tag später nahm Maranhau diese Entscheidung zurück, nachdem Senatspräsident Renan Calheiros angekündigt hatte, Maranhau's Entscheidung zu ignorieren. Damit fand die geplante Abstimmung im Senat über die Suspendierung Rousseffs am 11. Mai 2016 statt. In einem Versuch, das Amtsenthebungsverfahren aufzuhalten, stellten die Anwälte Rousseffs am 11. Mai 2016 beim obersten Gericht Brasiliens den Antrag, das Verfahren zu stoppen, da es politisch motiviert sei. Den Einspruch wies das Gericht zurück. Der Senat beschloss mit 55 zu 22 Stimmen Rousseff für sechs Monate zu suspendieren. Damit wird Vizepräsident Michel Thema ihre Aufgaben übernehmen. Am 11. Mai 2016 entließ Rousseff 28 ihrer 31 Minister, veröffentlicht am 12. Mai 2016 im Diario Official da Uniau. Damit endete das zweite Kabinett Dilma Rousseff.